Lasst uns gemeinsam beten. Liebender Vater, dies ist der Moment, in dem ich bereit bin, zurückzutreten und deinen Willen geschehen zu lassen. Möge mein hartnäckiger Eigenwille vergehen, ich mich erweichen lassen durch dein mächtiges Wort, durch deine herrliche Liebe, die mich tief im Herzen berührt. Ich will keinen Widerstand mehr leisten. Ich kapituliere. Die Hingabe an dich, Vater, geschieht. Ich bin ein glücklicher Schüler, der sich nicht schuldig fühlt für das, was er sich noch nicht vergeben hat. Freude ist in mir, große Freude und unendliche Dankbarkeit für die Begegnung mit dem heiligen Bruder, die das Potenzial für eine heilige Beziehung enthält, durch unser gemeinsames Lernen und Verlernen. Möge ich mich öffnen für dich, Vater, für dich, Bruder und somit für mich. Möge ich allen vollständig vertrauen, denn es ist immer für mich selbst, immer für uns alle, immer für die Erlösung der Welt. Amen. Ein glücklicher Ausgang aller Dinge ist gewiss. 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 Ein glücklicher Ausgang aller Dinge ist gewiss.